Unsere Geschäftsidee war, die Vorteile aller bisher bekannten Bootsklassen in einem einzigen Boot zu vereinen. In einem Urlaubszimmer mit einem Dingi zwischen zwei Inseln durch eine Kreuzsee gefahren, die war ziemlich unangenehm und heftig, also da hat es richtig patsch, patsch die ganze Zeit gemacht und wir waren danach bis auf die Knochen nass und da haben wir uns dann angeschaut und haben gesagt, hey, das muss doch eigentlich noch viel komfortabler gehen und angenehmer. Das war eigentlich der Impuls für diese Idee. Wir setzen eine Vision um, da steckt eine Mission dahinter und wir sind einfach mit Herzblut dabei und das ist das Allerschönste. Wir haben automotive Qualitätsprozesse zu vereinen mit Luftfahrttechnologie, mit Marine-Technologie, mit Renntechnologie. Das Fahrzeug ist äußerst komplex. Da gibt es wahnsinnig viele Herausforderungen, die es zu meistern gilt. Ich kenne drei Worte dazu. Durchhaltevermögen, Durchhaltevermögen, Durchhaltevermögen. Das ist die wichtigste Eigenschaft, an seinem Traum festzuhalten, dafür zu leben und nicht aufzugeben. Daran zu glauben und auch wenn schwere Zeiten kommen, durchzuhalten und weiterzumachen. Weil wir ein völlig revolutionäres Produkt auf den Markt bringen und eine völlig neue Bootsklasse geschaffen haben, die die Welt verändern wird.